Wie toll, du... Hier mal einen Baumstamm suchen. Ja, ich habe schon überall alles abgebaut. Gibt man eigentlich Samen für Bäume? Keine Ahnung. Hier ist ein Baum. Da ist er gerade gestorben. Ich vergaß das, dass ich mir ausgerüstet habe. Ausgesehen also... Aber du hast nicht verloren. Dann hast du gut. Weil diese Viecher nerven. Dabei will ich doch nur einen Baum abbauen. Und Baum abbauen, ne? Okay, ein bisschen Leder. Verstehst du? Baum abbauen. Ja, witzig. Ich weiß, wenn du so lustig hast. Ähm, und äh... Und darum? Mann. Wer futtert denn da so? Wie denn unten? Ja, toll. Leder? Na, Leder, ey. Keine Ahnung. Von dir. Die Haut abziehen. Wie? Das war gar kein Leder, Mann. Du musst trocknen. Toll. Jee, nein. Boah, Alter, so viele Vögel hier. Also ab und zu hängt es irgendwie mal. Ich weiß nicht, wie wir sind. Das sind nur die Viecher. Ich lauf ganz normal weiter. Ich hab mein Geld eingesammelt. Tja. Da ging nur irgendwas. Wir hängen auch Ketten der Luft. Bum. Aua. Ähm, was wollte ich jetzt Fackeln herstellen? Und Gitarrens Auto. Wie viele kann ich nicht herstellen? Ah, hier ist Cola. Boah. Glaube ich. Du brauchst den ganzen Baumstamm für eine Fackel oder was? Was? Ja, Mann. So, Herrle. Warum? Das ist aber ein bisschen abnormal, wie ich finde. Ein bisschen? Oh, das war ein Bär. Entschuldigung. Oh, das war ein Bär. Okay, also die kriegen dann einfach nur Schaden, wenn die hier in dem Bereich sind. Treffen können sie mich trotzdem noch. Nein. So. Der arme Hase auch. Ist tot. Gemein. Oder ist übrigens glaube ich hier direkt. Ja, jetzt habe ich aber nur zwei Fackeln. Also wenn nicht. Könnte ich eigentlich mal gucken, ob ich das hier aufbauen kann. Was das hier überhaupt ist. Was ist Kohle? Kohle, Kohle, Kohle? Ja, Mann. Aber richtig. Kann ich schon gelegen? So. Kann ich jetzt ein paar mehr Fackeln herstellen? Äh. Da, 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 da. Oh, zehn Stück. Ich glaube, zehn Fackeln herstellen können. Und wo finde ich die jetzt? Ich habe keine Ahnung. Oh. Oh. Hier. Jetzt habe ich doch 59. Was? Okay. Bin ich auch mit einem verstanden? Bin ich mit einem Lammstand. Da kann man keine Fackeln bauen. Marienkäfer. Marienkäfer? Marienkäfer? Marienkäfer. Weißt du, was ein Marienkäfer ist? Marien? Da geht es um Marien. Ach was. knistert sogar so wenn die fackeln hier hängen anscheinend kann man die nur an die wand hängen das finde ich da muss ich sagen wir hat sich ein scheiß ausgedacht wie das nenne jetzt nicht was hast du dir wieder aus was denkst du dir wohl ich brauche jetzt einfach mal hier so eine art türen das war keine tür aber es ist es sieht so aus als wäre es eine auch wenn es eigentlich keine ist verstehst du bleibt wasser eigentlich auch liegen weil da müssten wir hier mal echt eine luke bauen weil das tröpfelt nämlich gerade in unser haus rein er sagt und ich sage bitte was wo waren jetzt die fackeln hier tat tat die rechtzeitig mal kurz aufstehen die macht der jung also ich hoffe ja nicht dass jetzt gleich hier ein schwimmbad im haus haben was dann ist so doch es bleibt liegen hier unten wird schon eine pfütze leter einmal was für den leder leder ich habe nähter oder sowas ähnliches jetzt sowieso hat er wieder was genommen immer mache jetzt mal die lücken zu da wird man hier unständig unständig vor allem laufen können aber wie man das jetzt anpflanzt weiß ich leider nicht mal erst mal zu ich habe alles ist hier ein bist erregnet was machst du das mit türen ich habe keine türen mach einfach hier zu weil das ist ja horizontal hier also wenn du hier reinkommst musst du entweder abbauen oder einfach teleporten ja okay alles klar und ich habe schon wieder hunger ich kann auch nicht dafür ich achte nie darauf bei mannschaft geht das nicht so schnell toll jetzt fängt es an zu piepsen warum was denn haben gelaufen ja toll diese meist kommen machen fast überhaupt nichts lohnt sich fast gar nicht die dinge überhaupt zu essen ich weiß aber immer noch nicht wie man etwas einpflanzt das geht wohl nicht einfach so ob man da auch erst und packer machen muss vielleicht du musst da gar nicht in dir jemand schreiben aber es ist nicht mal die hälfte voll jetzt man frisschen das schlecht kleine kinder die komisch halten und dann sterben müssen deswegen ja der maus ist tot 30 leder was gefunden oder brauchst du rauchen ich glaube ich habe mal einen also wofür ich jetzt wird dann her ich will nicht was kaufen müssen was anbauen ich weiß kann man nicht wie dann hoffen wir an den sorgern was geld liegen lassen 300 million der rausch der unterstehen bitte ach so scheiße was ich kann mich nicht porten auch jetzt ein dieser sagt man so als wir angesammelt ich hab deine komischen teile welche komischen teile diese upgrade dinge kipp her kipp her ich hab ja schon meine anderen verloren aber ich bin ja so wie weißt du was ich jetzt mache google jetzt pass mal auf mich auf oder so oder ich gehe nach hause oder keine ahnung dass wir hier unten stehen wo ist unten aber auch zurückgehen und ein stück und dann was ist denn los hier irgendwie werde ich geschlagen oder du was für geräusche ähm star bound bound ähm oh ich hab ähm oh ich hab ähm ähm spitzack oder sowas ähnliches äh nicht spitzack sondern wie nennt sich das also ich glaube man braucht erst äh man muss erst umgraben umgraben ja man braucht sondern wie hat wieso ist man essen jetzt voll geschossen hat die beschossen was ist das wieso ist man erst jetzt wollen keine ahnung also sich das ist es war doch auch nicht mehr gestorben vergessen musik genau jemand das wird sagt sie ja spiel ich habe hunger ja toll mal ratten oder mäusen oder so weil die laufen voll viele von diesen vieler rum jetzt tot das blumen wird ja normal wäre ich tot ja ich glaube jetzt wirklich wenn ich mal treffen würde das was macht was das nicht das ne ne Ob es irgendwie was gibt, was man sich irgendwie bauen kann oder so.